und wie das geht jetzt dann lag es auch wieder am wasser 25 habe ich noch übrig märz so 76 wow das ist krass 78 heilige scheiße rock area ist empty und was labert er jetzt was ist das denn für eine komische fokussierung hier waren die jetzt die bären oder meint der jetzt hier holzweller oder dann forsten mal wieder auf den scheiß würde ich mal sagen was haben wir denn hier an pettern 50 ok steine werden weniger ich brauche irgendwie deep mining warum geht das nicht 16 26 nothing of stable place was ist das denn für eine scheiße meint der jetzt hier oder was das ist das ist die 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 diese auf Das ist schwerer, als es sieht. Speich's for your sheep. He? Oh, das Ding läuft. Das Ding läuft immer noch nicht. Verdammt. Das ist mei. Okay, den kann man wieder ein bisschen lockerer lassen. Dann müsste ich mal vielleicht irgendwie gucken, dass ich noch einen Forager-Hard kriege. Also noch mehr Häuser macht ja irgendwie keinen Sinn gerade, ne? Oh, da haben die jetzt alle irgendwie, Leute. Warte mal. Da haben wir eins von eins. Da setzen wir noch einen dazu. So. Da haben wir eins von eins. Da haben wir eins von eins. Da haben wir zwei von zwei. Da haben wir zwei von zwei. Okay, die sind doch alle voll. Holy shit. Dann brauche ich doch nochmal neue Häuser. Hi, 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 hi. So, das ist die Dyer's Workshop. Dann können wir hier nochmal Häuser hinbauen. Und zwar von hier. Ne, hier ist mein Weg. Und zwar genau hier rüber. Jetzt die Häuser. So. Okay. Brio hoch. 81. Okay, das ist echt gut. Klappt aber irgendwie immer noch nicht so. Mit dem Malzhaus hier. Was ist hier für eine Scheiße? Use Barley. Ach, der braucht Barley. Der Scheiße. Okay. Dann kriegt er nochmal ein extra Feld Barley. Und dann nochmal ein Barley. Wieso geht er nicht? Junge. Junge. So. Okay. Also wir machen sie das. Oh no. So. Jetzt haben wir es aber durch hier. Ja, Halleluja. Nicht genug Fütter? Wie jetzt? 209. Was haben wir jetzt hier? Zu wenig Futter? Wollen die mich verarschen? Es ist Mai. Die haben 200. Und im Winter hatten sie eben 200. Das ist doch mehr als vorhin. Das sind die witzig, ja? Aber wir brauchen auf jeden Fall noch eine Vorwärter. Definitiv. Das ist viel wert. Das ist heavier. Das ist viel wert. Das ist viel wert. ф so so da kann man auf jeden fall den jetzt erstmal abziehen da hoch und dann rein ach so, das ging auf jeden fall mal nicht weil der Bale nicht hatte das sieht doch gut aus 211, ich brauch 300 da ist noch ganz schön viel rumgetrampelt 78 verschiedene das sieht gut aus Jule 4 sieht nicht so gut aus könnte besser laufen so, was haben wir denn hier? 2 von 2, das ist voll 2 von 2 ist voll ich kann den nicht anklicken was ist denn los mit denen? ist der Buggy oder was? ist komplett Buggy das 1 von 1 ok das 1 von 1 da kann ich ja nix reinmachen na, nicht genoge Reichtum nix gar nix das ist toll dann da brauche ich immer noch ein Hauschen, ne? Wieso ist denn das hier so schief? Dann machen wir das doch mal so rum. Ach, das geht gar nicht anders. Ah, Mensch. Was ist denn da ein Dings da? Plot to small? Echt jetzt? Was ist denn das hier für eine Scheiße? Besser? Nee, sagt er nicht. Too small. Echt jetzt? Der will mich doch verarschen. Hä? Warum? Was soll das? Was soll das? Da machen wir halt eine Einbahnstraße. Ist doch mir egal. Da machen wir hier eine schön große Villa. Dann ist das halt so, ne? Come on, Lottie. Geht doch. Geht doch. Nee, dann machen wir lieber so rum. So. Dann machen wir mal schöne drei große. Oder zwei Riesen. Dann machen wir zwei Riesen. So. Was sagt der jetzt hier? 205. Immer noch nicht mehr. 47. 18. Ist ja auch euers Juni. Was sagt der hier? Der ist noch nicht fertig. Hilt ein Holz. Ja, mei. Warum? Sind doch fünf Leute unterwegs, die bewegen könnten. Dann bewege ich doch mal. Sag mal. Was hat denn Discord da? Dauert mit Ein- und Ausloggen. Ist ja schlimm. Aber wo schlimm ist sie schon gleich? 21 Uhr. Heilige Scheiße. Die Zeit ist echt schnell um. Das ging aber euch die Splott hier. Ich würde mal sagen, den Winter noch einmal kurz abwarten, ob ich draufgehe und abnippel oder nicht. Dann, äh. War es das erstmal von heute. Für heute, äh. So. Was haben die jetzt hier? Eins. Warum nur eins? Ja, Taberna ist doch eins. Weil da ist irgendwie nix los. Ich weiß nicht warum. Bewegt sich nicht so viel hier. 34, 101, 75 ist doch okay. Nur viel zu wenig Essen. Ich brauche lieber 200. Die müssen mal hier irgendwie den anderen Dings da fertig kriegen hier. Wie ein Mensch. Der ist voll. 208. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Jetzt habe ich aber ein Problem. Leute. Wie viele Leute sind das? Gegen die habe ich ja gerade gar keine Chance. Das ist ja... 21 Leute habe ich. Das kann ja lustig. Ja, das kann ja lustig werden. Jo, oder? Scheiße. Oh, Scheiße. Ich werde platt gemacht. Nein. Na toll, ey. Fünf gegen einen. Das ist ja wohl unfair. Scheiße. Oh, Scheiße, ey. Oh, Scheiße. Oh, Fuck. Oh, Nö. Toll. Jetzt, wo es gerade einigermaßen läuft, werde ich kaputt gemacht, platt gemacht. Scheiße. 91, 90, 89. Die werden alle abgemetzelt, verdammte Scheiße. Ja, toll. Keine Chance gegen die. 84. Na, dann gehen wir halt drauf. Nach sieben Stunden war es das dann. Das haben sie platt gemacht. Das ist ganz toll. Da haben wir schon ein paar schöne Friedhöfe, äh, Gräber. Toll. Da wird alles platt gemacht. Ganz toll. Null. Und die haben immer noch 40 Leute. Super. Ja. Das war's dann. Ich würde mal sagen, wenn ich das in der nächsten, in den nächsten, äh, Stream nochmal so nach 5 Stunden abkriege, dann, äh, ja. Macht wirklich sehr viel Spaß dann, äh. So viel zum Thema Default-Modus. Das war's dann. Alles brennt. Es brennt. Und niemand, der es löscht. Die können hier mal einfach so Feuer anzünden. Weil sie es können. Und alles platt machen hier. Aber wirklich alles. Zwei Leute noch da. Kann ich auch gleich lassen. Toll. 40 Leute, die einfach nur alles platt machen, weil sie anzünden. Einfach nur anzünden. Nee, ich hab schon Wasser. Aber das nützt ja nix, wenn die Leute nicht, äh, dazu kommen, das Wasser zu holen. Schön. Die hauen ab, statt sich eine Mistgabel zu holen und die Typen abzupiksen. Da. Schön. Wo sind die 17 Leute, verdammte? Wo sind sie? Toll. Sind da jetzt nur noch 17 Leute übrig von den 50 da eben, oder was? Wo sind die jetzt hin? Nee, das sind keine Ritter, aber normalerweise kann man ja mal ausgehen, wenn es um Leben und Druck geht, dass man sich eine Mistgabel holt und jemanden abschließt und nicht einfach alles abbrennen lässt. Aber ich weiß gar nicht, wo die ganzen Leute sind. Die hauen einfach ab. Da, die laufen ein bisschen weg, statt mal Wasser zu holen am Brunnen. Obwohl, der ist wahrscheinlich auch kaputt. Nee, der ist noch, okay. Der Brunnen geht noch. Aber offensichtlich haben die das nicht so nötig, hier zu löschen. Wo sind denn die 17 Leute? Wo sieht man denn die, verdammt? Sind die unsichtbar, oder was? Ich sehe keine 17. Ja, das war's. 70% platt gemacht und das war's dann. Man kann das ja nicht mehr reparieren. Das kann man komplett abreißen, dann war's das. Und ich kann nix dagegen machen. So viel zu dem Thema, man kann's gemütlich durchspielen. So ganz gemütlich dann doch nicht. Also, ich sag mal... Wenn das nur den einen Default-Modus gibt in Schwierigkeit, ist das mir, ehrlich gesagt, zu blöd. Weil, äh, naja, dass man sich ein bisschen mehr Mühe gibt, so noch vier Stunden. Wenn man dann vier Stunden als gemütlich mal ansieht, äh, dann schon so mit 50 Mann, äh, antorkeln müssen. Äh, ist mir, ehrlich gesagt, ein bisschen zu blöd. Vor allem, die sind ja zahlenmäßig jetzt so weit von überlegen gewesen, das macht ja gar keinen Sinn, dagegen die anzustinken. Und das ist alles kaputt. Kann ich komplett abreißen. Aber sowas von komplett. Wo ihr in dem Politiker bereitst? Wo ist das? No 50 auf das ist. Wo ist das? Wo ist das? So sind das?